das ist ein Zehwunde was heißt Sehwunde? Ich hab mich einfach nur mit dem Fußlage schlitten und weil ich mich gekratzt hab denn hab ich irgendwie Scheiße das krieg ich nur wissen wo ich so was nur ich du hast ja nicht ich wollte sagen doch von dass es streamt ich weiß nicht ob das sieht ja hallo ich soll die ganze stream wissen dass es splute HALLO STREAM mein freund blutet dir im highlight 1 K 이ak osit the menit wde stea ich bin jetzt spaß da habe der einfach körper blutet weil jetzt dumm ist ich zu kratzen nicht seine hand benutzt sondern sein fuß n ich bin einfach zu groß die größte kurs hat unser kühlschrank und der kühlschrank ist schon groß jetzt jetzt mal nur 6 6 an der stelle aber der kühlschrank sie wie 150 oder größer freundlich bald kann ich nur durch den kran laufen alter ich war irgendwann nicht so groß in kran brauchst du brauchst gar nichts mehr irgendwie zu rufen muss ich noch anrufen ich muss okay ich muss okay jetzt machen wir ein bisschen doktor action so alex was wir machen das schönes bauen kann ich dir und ich sag heißen gehört nicht und jetzt sind das gewartet ist doch jetzt kommt es ein doktor-erfahrung haben wir brauchen was oder desinfektionsmittel um die wunde zu säubern ist so alter 2 liter desinfektionsmittel in die wunde der wort kann ich doch nenne alex aufwerbung zu machen die russische medien medie medie typen medie 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 du willst mir die 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 das wasser habe ich könnten stellen sie das wasser ab habe ich gewollt arke kann in die schule gehen und schwer auch in die schule gehen ja 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 auch und das muss zum arzt gehen und dann brauchen wir da testen darauf gegen solche haben dann im ärztezimmer ewige bums werden vom arzt da kommt alles doch scheiße stehen du kommst an der rein sagt du hast zwei sekunden später bis wieder draußen die nächste kommt und du musst 40 jahre warten darauf ist gar kein bock oder du wartest im dings im zimmer im behandlungszimmer ja du bist ja reingrufen darfst dann da warten bis der arzt kommen ja schon vergangen ich kenne das ist die realität das ist kein spiel ist die realität du hast ne ja ja boss ich brauche ihre eben die boss verloren medie schwester ich brauche ich brauche das fraktionsmittel aber brause brauchen wir doch noch jetzt fehlt mir gerade noch recht dass meine nachbarn anfangen müssen darum zu hämmern hätten auch noch mal wer der hämmert meine mutter ich habe ja recht nagel und namer dann geht es wieder lama es ist drin zwar aber es blutet nicht nur so stark wie vorher und das ist gut das gute ist circa woche ist das weg hoffen wir mal guter arzt ich habe schon mal kniescheibe eingeregt geil die kollega hat mir erzählt dass der mit dem anderen draußen war ne vor allem er kriegt den anruf geht er so ran und er so weißt du wenn wir kniescheibe eingeregt hä wie hast du das gemacht da liegt mir verbindlich dass die kniescheibe rauskommt meine mutter kreuzkontrasse kniescheibe nichts passiert was wie gut hab ich gescheibe raus ja ja wo bist du wo bist du ich bin hinter dir bist du nicht bist bei alex space wenn ich auf die karte guckt hier bin ich nicht ist er nicht das bedeutet du kannst keine karte lesen in minecraft kann auch dran liegen dass sie beide ineinander steht nein alle sind da hinten und ich lauf hier die ganze zeit herum ja ich bin gerade bei alexburg hinten herum nein hallo ich habe so ein pfeil im arsch na na im kopf hier ist ein pfeil im arsch ich will keine geschwindigkeit ja okay trifft mich willst du heilen oder willst du langsam keilsweilen die ich weiß es nicht die das alles sie sich hätten können ja ich hoffe war jetzt dass der fest aufgetrückt hat Wegen diesem Druck kommt jetzt wieder ein bisschen Blut nach. Ich hab ne richtig geile Story. Die Story beinhaltet, dass ich verblute und vier schwarze Milchensack tragen, weil ich gerade verblute. Ja, coole Story. Ich hab ne andere Story. Ey, ey! Ey, ey! hallo kevin abstand stopp nein oh gott wort er mit kevin ist gestorben nein anderer kevin kevin prank ross wir können ein ritual machen wo wir ihn umbringen hab ich schon umgebracht ich habe vom golem umgebracht und dann hast du gejuckt alter junge es reicht nicht alle extra phantom hat ist zurückgekehrt hat ist zurückgekehrt gut gedeutscht bruder ich leite sie weiter zu meinem gesprächspartner die faust sprich mit der faust ich leite sie weiter zu meinem gesprächspartner zu ihrem gesprächspartner die faust okay ich muss sie auch einrichten hier ist ja die tür dann kommt hier so eine leseecke hin also mit dem dach ist auch noch nicht fertig mein dach ich weiter bauen ach so glaube ich zum stück weiter geboren schon wieder ganze zeit ist es jetzt ein rechter fuß oder ein linker fuß rechter fuß rechter fuß ja nicht so schön mit den linken bist du linkshändler oder links füßler oder bist du drittfüßler ich stehe auf beiden beinen und schreiben mit rechts ne ich meine mit welchen beiden spielst du fußball ihr knurzelt rechts ok ja feld gehabt Leute das war's von dieser folge wenn ihr mehr davon wollt dann lasst nur noch runter und ich werde wahrscheinlich morgen die nächste folge vom stream highlight hochladen und bis zum nächsten mal ciao Leute